ja willkommen zu einem neuen Video von Linux Windows MacHilfe dieses Video soll ein sagen ein kleiner Aufruf und ja und zwar möchte ich aufrufen uns eure Fragen zu schicken Hardware, Software, Linux, Windows Fragen ihr könnt uns die gerne schicken unten als Kommentar entweder als PN auch oder als Video Antwort wer jetzt eine Frage hat und sagt hier ich habe eine Frage ich will die so gerne als Video Antwort posten weiß ja noch nicht wie das geht das ist ganz einfach ihr geht hier auf das Video wo dann hochgeladen ist ich nehme jetzt ein anderes klickt dann hier wenn ihr ins Kommentar fällt klickt automatisch auf Video anhängen ihr müsst ein Video schon hochgeladen haben oder oder ihr ladet jetzt hochgeladen von der Webcam könnt ihr auch wenn ihr das dann gemacht habt dann könnt ihr das gerade hier anhängen und dann werden wir uns ansehen selbstverständlich werden wir uns auch dann die PNs ansehen oder die Kommentare sofort auch wenn sie hier unten sind Jo ich würde sagen schickt uns eure Fragen zu Windows, Linux, Software, Hardware und wir versuchen sie zu beantworten das war ein Video von mir Benjamin von Linux Windows Mac Hilfe ich bin hier raus Bye 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 Bye